Die nachfolgende Sendung ist nicht die nachfolgende Sendung. Heute mit einem Spast mit Spezialmusik. Musik. Sind wir bereit? Hier die erste Person. Die ist überhaupt die, also finde ich schon, schon, äh... Genau. Ein bisschen geschrieben. Ach ja, geschrieben. Kann alles tragen und sieht trotzdem gut aus. Für mich die schönste, schönste Frau auflegt. Schuck dir mal die Nase an, bitte. Sieht aus, wie du auch wollen. Ist das, ja, ist das Ladyboy oder nicht? Das ist echt Ladyboy. Aber du würdest es auf jeden Fall gönnen, oder? Für 100 Prozent, Digga. Das ist doch die Ex-Va. Ich denke, sie ist eine Süße, aber ich will jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Als ich mitbekomme, dass sie mit der Zahnfrau zeichnet, warum geht die mit so einem Idioten auf? Korrekt von dir. Danke, Digga. Unterm Strich, um dir abzuschließen, ist eine geile Sau. Ist das Bälle, ist das nur eine geile Sau. Geh nochmal raus. Coronavirus. Möglichst einen Meter Abstand vom Mitmenschen halten und wegdrehen. Beim Ins-Gesicht-Fassen gelangen Viren in die Schleimhäute. Einen engen Kontakt mit anderen Menschen sollte man meiden. Voll eklig, also, Digga, Brudi, was ist denn da los? Ich glaube, ich finde, dass du ein gut aussehender Mann bist. Zum Thema für Nico, und zwar zum Thema Big Tips. Auch so ein gewisses Etwas. Hat auf jeden Fall eine gute Oberweite. Da gehen Props raus. Auf dem Bild auf jeden Fall schon nice rüber. Was sagst du? Äh, ist, äh, auch. No homo. Eine Frage, wenn ich mich jetzt als Frau umoperieren würde, wäre ich dann was für mich? Ah! Verliebt! Verpiss dich, du One-Zone! Ist doch scheiße.